In der Liste Nummer 3, liebe Zuschauer, Christian Nischpan, Nummer 38. Da die Zeiten hier sind so eingesteckt, jedes Stoppen, einmal die Unterbrechung wird sich hier fort in der Zeit widerspiegeln, also wer schnell einmal die dritte Runde durch ist, der ist vorne mit dabei. Ich denke jetzt diese Rennung hier, das werden wir gleich an der Zeit, werden wir das sehen.